...sobald du drinnen bist. Sieg oder Niederlage. Wir werden das gewalt haben. Für Bloodwing. Für Roland. Für Pandora. Kommt was, oder geh mir aus der Optik. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Werbe. Zeit, die Sache zu beenden, Untertan. Wir treffen uns in Premium Blade. ...dauw. Wauw. 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 Hi. Dauw. Barsch. Wauw. Barsch. Barsch. Wauw. Wauw. Gedanken. Barsch. Bekart. Wauw. Barsch. Barsch. Oh Oh Spürst du das? Dieses Knestern in der Luft, wenn man jemand unbedingt umbringen will? Hab ich lang nicht mehr gespürt Tu alles, um ihn davon abzuhalten, den Krieger zu wecken Selbst wenn du mich dazu töten musst, lieber tut als eine alte Jungfer Rick und ich treffen dich am Heroes Pass Sieg oder Niederlage, wir beenden das gemeinsam Vielleicht schaffen wir es nicht, Slam Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich eine Menge Spaß hatte Jetzt gilt's, Untertan Der Tag unserer Wache ist gekommen Reißen wir diesen Planeten den Arsch auf Jaaaaah Hyperion wird es bereuen, jemals einen Fuß auf Pandora gesetzt zu haben Untertan, ich werde diese Tür öffnen, damit ich diesen Bastard Handsome Jack selbst erledigen kann Hörst du mich, Jack? Du hast meine Freunde getötet Du hast meine Modellreihe vernichtet Ich bin der letzte existierende Clip-Trap Und er steht meinen Kanal bei meiner Eier ins Maul Untertan, zieh hier Feuer auf dich, während ich mich zur Türsteuerung stehle Unsichtbar! Meine Axt hat los! iba-Ber пошelt Vergeblich nicht Ich liebe Dein Flut! Gott gemacht, Untertan! Ich hab mich bei der Steuerruhe enthalten! Lass mich diese Tür öffnen! Eine Tür? Glaubst du, die Tür nicht aufstehen? Ich bin dafür geschaffen, Türen zu öffnen! Und? Öffne dich! Zugriff verweigert. Was? Ich sagte, ruhe und öffne dich! Und nicht, ruhe und schließ ein paar andere Türen! Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Nein! Nicht noch mehr Einheiten absetzen! Es tut mir leid, hüpfel weibliche Stimme! Was? 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 Kursikall, die Verteidigung ist in der Fall! Explosionen des Lebens! Gib mir weiter Deckung! Ich hab die Verteidigung fast runtergefahren! Ja! Ich hab's geschafft! Ich fahr mit der Verteidigung runter! Und zwar jetzt! Aktiviere zusätzliche Türverteidigung. Geschütze eingesetzt. Die Goldfabbruchenscheiße! Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Scheiße am Spiel! Da kommen noch mehr Bots! Vorsicht! Ruhe das, mein Freund! Ich liebe es, wenn du mich voll Blut älst! Zugriff verweigert! Zugriff gewährt! Schwozen! Schwozen! Der Schall ist hier! Der Schall ist hier! Du hast hier! Rass! Das ist hier! Der Schall ist hier! Rass! Nein, ich halte das nicht raus! Ich überbrücke die Kürtlüsse! Halt durch, Untertan! Zusätzliche Einheiten wurden eingesetzt. Die Spiele von den Kernen sind in der Luft! Halt, es ist im Anmarsch! Die Spiele von den Kernen sind in der Luft! Die Spiele von den Kernen abschlardaert! Sieh Cro immunity! Was ist das? Das war's für heute. Ich nehm euch alle weg! Versaust die Knappelhöhle! Du musst niemals aufhören zu killen! Niemals! Verstärkung erschützt. Mach dir nichts draus, Baby! Wirst nicht das erste Mädel, dem das passiert! Und öffne dich! Wir haben's geschafft, Untertan! Jack dachte, er könnte uns mit einer Tür aufhalten! Ich wurde erschaffen, um Türen zu öffnen! Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten, Untertan! Gemeinsam werden wir Pandora befreien! Ich werde dich in die Schlacht führen! Ich werde Handsome Jack mit bloßen Händen töten! Ich... Stufen? Nein! Untertan! Du musst ohne mich weitermachen! Mach deinem Geväter alle Ehre! Verdammt, Jack! Woher musstest du, dass Treppen mein einziger Schwachpunkt sind? Stubschägen und Explosionen und Schusswaffen, Rostkorrosion, heftige Tritte, Viren, Beschimpfungen, Sturz aus großer Höhe, Ertrinken, Altersdiabetes, dumm angeguckt zu werden, Herzanfälle, Sauerstoff-Explosionen, Zurückweisung durch Frauen und Haustierallergien! Deine Brillanz wird nur noch durch deine Bosheit übertroffen! Ich werde mich dann mal tarnen! Man kann mich nicht weinen hören, wenn ich getarnt bin! Ich bin so allein! Ich kann eben gerne Treppen steigen! Spürst du's, Kindsmörder? Der Schlüssel ist bald aufgeladen! Das Ende der Welt naht! Widerstand 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 Besit senza Kloppelbüll Kloppelbüll Öffne deine Adern! Ich hab dir ja gesagt, dass es so kommt! Aja! Hab mir Fleisch für mich! Ich muss niemals aufhören zu gehen! Niemals! Ich bin hier, Amigo! Schaff das aus dem Weg! Ihr kommt nicht hoch! Entfernt meinen Freund, verdammt! Oh Gott, schreit da wieder rum? Mist! Ihr kommt nicht durch! Ohne Kai! Hängt euch! Ich bin dran! Mordecai ist in Position und meine Preist ist in Unrecht! Gehen wir! Gehen wir! Reczne giache! Nein! 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 Was ist das? Nein! Oh, das ist doch nicht! Ich kann es nicht nur aufhalten! Ich bin der Schmerz! Ja, nein! Ah, nein! Ja, nein! Ich bin der Schmerz, der Hohen selber! Wir müssen nur ein Wacken sein! Vorwärts! Zeit in Reichweite! Automatikgeschütze werden scharf gemacht! Schnell, verdammt! Hier drüben! Ich spüre das! Schiebe einen Loch! Was los denn? Los! Ich spüre das schönes Elend! Mach mich nicht dauernd fein! Ich muss ausnehmen! Halt durch! Was ist ein Gäste für ghäste? Oh nee! Ich bin zufrieden. Witz, witz! Das war's für heute. Ah! 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 Diesen Zaun ist kein Zaun dran! Ah! Ah! Die Zaun hat er wohl abgesetzt! Verdammt! Ah! 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 Die Beste! Halt noch ein bisschen durch! Ich bin hier! Ich muss weiter fließen! Ah! 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 Landungsschiff wird als Ziel erfasst! Wir werden mit Lunaren vor Bartemont! Ah! 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 Lass das Blut, ich hab mich. 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 Ich hab mich. Ich hab mich. Lass das Blut, 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 ich hab mich. WAH! Die Masse aufhören zu gehen! Die Masse! Schau! Rack! 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 Fights, diemischen! Rack! Rack! Rack, Rack! Rack... Rack! 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 Rack... Was ist los denn? Los! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Geh raus, schau всё, das Wasser! Bühne! Du bist eine Seuche, Bandit! Du und Deinesgleichen haben Pandora mit ihrer Agier und ihrem Hass verdorben. Jetzt liegt es an mir, diese Welt vor Deinesgleichen zu retten. Aber ich bin mehr als froh, das zu tun. Ich bin hier. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wieder erholen werden. Hier wird alles enden. Sobald Lilith den Schlüssel aufgeladen hat, kontrolliere ich den Krieger und rotte euch Banditen auf diesem Planeten aus. Wenn du zur Hölle fährst, kannst du deinen Kammerjägerfreunden einen Gruß von mir ausrichten. Du kommst genau rechtzeitig. Der Schlüssel ist fast bereit. Aber bevor ich diesen Planeten für immer säubere, räche ich meine Tochter. Nicht weinen, wenn ich... Nein! Nein! Öffne deine Arme! Eine rote Dusche für eine große Faust! Oh, mach doch mal! Ich verliere Blut! Gib dir deines! Raus! 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 Ich hab dir ja gesagt, lass es so! Ich hasse mich! Ich schlage ihn jetzt! Was? Nein! Der Schlüssel ist aufgeladen! Ich werde noch nicht sterben! Du kommst zu spät, Bandit! Der Sieg ist mein! Nein! Die größte Alien-Macht, die Pandora je gesehen hat! Und ich überhebe sie von ihr! Raider! Raider! Ja! 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 ARD Text im Auftrag von Funk Achtung! 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 Jesus! Achtung! 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 Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Rrrrrrrrrrrrrrrr! Halt dir mein Steilsug! Rrrrrrrr! Rrrrrrrrrr! Rrrrrr! Rrrr! Das ist eine Fohre, Fohre, treiben! Rrrrrr! Rrrr! 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 Ich muss mich heilen! Ich muss mich heilen! Die Elbowstein! Pass auf! Was denn? Das ist doch nicht so, was ich? Das war's für heute. Woh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. The poor would end back her fell at me. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. Was? 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 Kamalbe, den Kamaljäger! Jaos, lass den Feuer achten sie! Was? Jaos, lass den Kamaljäger! Jaos, lass den Kamaljäger! Ruff, ruff! Ruff, ruff! Ruff, ruff! Niech schmierde her! Ruff, ruff Ruff! Ruff! R Experience beaten them! Das war's für mich. Ratsch! TAKUGACHI Und zu blieb! Ich helfe, shotgun! Ich helfe! Die Laufung, Ragnarok! Die Laufung, Ragnarok! Die Laufung! Töte den kleinen Mann! Kontrollieren! Die Laufung, Ragnarok! Die Laufung, Ragnarok! Die Laufung, Ragnarok! Die Revaluzen! Ragnarok! 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 Erschmetter ihn wieder! Ragnarok! Ich schwere den Schmerz! Zeitwerfisch! Ragnarok! 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 Geh mal, schweizu! Nein, nein, nein! Ich hasse dich! Der Roten-Ese ist zu der Körnach. Achtung! Die Lachen! Das kann ich sein! Das kann ich sein! Heiliger Badass! Ich glaube, du hast ihn gekillt. Aber lieber auch nur mal sicher. Drück den Button an der Wunschot-Konsole. Nein! So darf ich nicht sterben. Nicht so knapp vor dem Ziel. Nicht durch die Hand. Ein erstes Rettel-Quantin. Ich hätte den Planeten retten können. Ich hätte Recht und Ordnung wiederherstellen können. Ich sollte nicht durch einen Kindsmörder und Psychopathen sterben. Du bist alle Bestie! Einmal! Du bist ein Bandit! Und ich bin der verfluchte Held! Der Krieger war praktisch ein Gott! Die Krieger war praktisch ein Gott! Hast du meine Krieger getötet? Ihr Idioten! Der Krieger hätte diesen Planeten den Frieden bringen können! Keine gefährlichen Kreaturen mehr! Keine Banditen mehr! Pandora hätte das Paradies sein können! Das ist das Ende, Kammerjäger! Entweder du tötest Jake oder ich tötete ihn für dich! Du teigest uns! Es ist vorbei. Endlich! Gut gemacht, Kammerjäger! Du bist ein Badass! Jetzt müssen wir nur noch den Schlüssel loswerden. Warte! Überlass das mir! Du willst das Ding jetzt nicht berühren, glaub mir! Langsam, Mann! Ich wär fast draufgegangen vorher! Hey, Lilith! Wo zum Henker wart ihr vor fünf Minuten? Ohne den Kammerjäger wären wir jetzt alle tot! Ich glaube, das ist ihre Art, uns zu sagen, dass wir gewonnen haben. Dachte ich mir schon. Ich hoffe bloß, ich muss diesen Schlüssel nie mehr wiedersehen! Hat Spaß gemacht, du Alien-Arch! Hä? Was zum... Sind das Kammern? Du weißt, was das heißt! Ja. Wir kommen nie zur Ruhe, was? Ich bin Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020